Das Bastelset kommt in einem großen Stübchen mit einem einzelnen verpassten Stübchen. Hier hat man so ein Beispielbild, wie das Ganze dann aussehen soll und da noch eine Erklärung zu. Ja, da sind die Glöckchen drin und dann hat man da auch den Pfannbaum, den man dann so ineinander steckt. Und dann hier unten da reinsteckt. Dann hat man hier diese Girlande. An dieser Girlande hängt man diese ganzen Dinge, die keine Klebchen hinten dran haben. Die werden da rangehauen. Und die Dinge mit dem Klebchen, der Stern zum Beispiel, kommt ein bisschen ganz nach oben. Und diese anderen Dinge sind für das Weihnachtsmann-Gesicht. Hier ist auch noch etwas, was angehangen wird. Genau, und die Sachen werden aufgeklebt, hier unten eine Folie dran. Ja, eine niedliche Bastelidee. Schnell gemacht, aber wirklich süß, richtig komisch. Und sieht am Ende dann bestimmt schön aus. Ja. Ja. Ja.